Die Police vom Supermacht Ich gebe mir jetzt einfach mal den Shot Oder auch nicht Halt den Schnauz, alter Danke, Schuss War der oben drauf oder was? Ne, der war da rechts zwischen dieser Holzding und der Mauerwelle Krass, wie instant der gestorben ist, alter So eine Ich hab den Schuss gehört und da kam direkt danach die Killmessage